Ja, ich warte jetzt halt einfach, weil der Miner, die Version 1.0 ist kostenlos, die wo ich hier gerade habe. Ich warte jetzt einfach so lang, bis ich 0, irgendwas Lightcoins habe, dann lasse ich die mir mal auszahlen und schauen, ob das so hinhaut. Ich bin immer noch ein Warteschlange 2. Ich glaube, der ist graviert. Ich weiß ja nicht, dass da gar keiner rausgeht. Das ist halt einfach so geil. Yes. Kann in der Warteschlange nicht auf die Bildschirme zugreifen. Oh, Heldenbundle. Kein Angebot für die Skateorie gefunden. Oh, wir haben richtig nice einen Panzer. Join in den Panzer. Was macht man denn eigentlich mit so Schrott jetzt? Damit kannst du dir Skins kaufen. Gar nicht. Und Battle Packs. Ja. So, ja, ja. Ja, morgen wieder zur Arbeit. Das ist gar nicht toll. Weihnachtsurlaub wurde gestrichen. Also, das ist alles nur die erste und die letzte Woche. Drei Wochen. Hilf, hilf, hilf zu, Mann! Na ja, jetzt hat er ja nur noch eine. Du wirst nicht wissen, wie viel ich habe. Ja. Ach, Quatsch. Quatsch. Kann sein, wenn... Wenn... Ja, wenn jetzt hier im Januar und Februar oder so mal eine schöne Woche dabei ist, dann bin ich auch mal eine Woche wieder draußen. Na ja, Toni macht jetzt gar nicht mehr so auf... auf Dauer-Mortal irgendwie, ne? Ne, weil er keinen Bock mehr hat. Er springt im Kreis. So, jetzt habt ihr's Matchwechsel. Jetzt dürftest du joinen können. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020